Mit Metanoe Betrieb, Rocket Zeit! Und dann ist das dann auch in den fächsten Gesamernhof. Und dann kommt dann schon hier oder wünschen. Es kommt hier aber auseinandergeflogen mit dem Motor. Aber alle Teile wieder runden auf die Bahn. Ei, 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 ei. Das tut mir riesig, riesig. Das tut mir riesig, riesig. Das ist schwer. Das ist richtig, richtig gut. Hier ist Publikum. Wo ist der Applaus für den Rock in 2000 Wiedermann? Oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Das darf nicht wahr sein. Der neu aufgewohnte Motor mit Ziemann-Eindrück. Ich hab's euch vorher gesagt. Hält er das aus? Hält er das aus? Denn davon, ich hab's schon vermutet, beim ersten Lauf. Komplett hin. Komplett hinüber. Das Team ist völlig fassungslos. Sie gibt den Schlammer. Das eine ist die Leistung zu erzeugen. Das andere ist die Schwachwissigkeit zu bekommen. Und sie sammeln, sie sammeln ihre Teile ein. Der neue Hornspotter Bringspair aus dem Niederlande. Und er unterstützt dieses Team. Und er wird sie während der Gehung und er unterstützt, wenn wir sie das ganze Morgen überhaupt machen können. So. 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 Das eine ist die Leistung zu erzeugen. Und das andere ist die Steine aufzumachen. Das ist die Leistung zu erzeugen. Wir haben einen Mann mit 6. Das war 6. Das ist immer anders. Wir müssen die Bühne mit dem Laufkommen. Wir haben auch noch nicht ganz stabil. Aber wir haben uns den ersten Wechseln. Wir haben den anderen. Wir haben uns die kleinen zwei Köln und Bläuern aus. Und wir haben den Fremskopf. Wir haben die Laufkommen. Ja, das habt ihr ja auch. Mark Mark Jacket. So geil als Gangtour. Das ist super! Und dann fliegt das Ding aus Armanda und das sagt mir an den Hauern. Trommel Fischer, hol noch mal die Hände aus! Gib noch mal einen Aufwand, mit einem Applaus an die Jungs! Die sind kapiert gerade durch! Boah, das kann man nicht annehmen. Wir rocken jetzt so stark wie noch nie. Oder? Fliegen hier die Kolben auf die Bahn. Oder bitte, am Ende. Verstreut mit seinen Talwinklern. Der war noch zweifelig. Willst du noch mal hin? Ja. Lass noch, lass noch. Lass noch. Was hast du? Da gibt's deine Rundgesweise. Ja, das nenne ich auch. Er hat seinen Humor nicht verloren. Er hat seinen Humor nicht verloren. Der Rundgesangspilot. Und das ist bitter. Lass mal mit. Das ist der Rundgesangspilot. Also, ich hab mal mal ankommen. Dann ist die Kamera. Ist aber super. Eigentlich sollte ich auch eine Fockkamera nehmen. Ja, genau das ist richtig. Da werden auch wieder im Fernsehen klatschen. Und das ist der Rundgesangspilot. Und das ist der Rundgesangspilot. Das ist der Rundgesangspilot. Und 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 das ist der Rundgesangspilot. Ja, das ist der Rundgesangspilot. Und ich zeige euch mal hier einen Eimer voller Schrott, hier ins Publikum, da sind die Teile drinnen und ich hoffe, dass es hier so ein bisschen was, ein bisschen kräftig, aber ein bisschen heiß. Also, da braucht noch eine ganze Menge, ein bisschen gebraucht, Applaus für das Publikum, Applaus hier, in der Arena, ein Eimer Schrott vom Orgelzeit zu checken. Brauchst du das wieder hier, brauchst du das, brauchst du die Teile? Weil ich den habe, also ich habe jemanden, der freut sich da nicht. Der sagt, ich kann's dir genauso, ich kann's dir schweißen, ich weiß nicht, aber ich kann's dir nicht machen. Ja, das ist der Fortgesetzte, da wir mal mit diesem Verlustbezugung, und jetzt geht's Richtung Köln-Monster-Güberschen-Geschön. Das ist der höchste Staukater, wir sind bereit, nach Dortmund, Green-Monster, 13. Köln-Monster-Güberschen, macht sich starke Leid, und wir freuen uns auf den nächsten Start. Ja, das ist der Ort, doch. Ja, das ist der Ort, doch.